Hallo, ich bin die Jessie Peter. Ich bin dieses Jahr die Hauptäuger vom diesjährigen Rehau Campus Champs 2018 und wir befinden uns hier im Sportinstitut der Universität Bayreuth und haben dieses Jahr eben als Eventseminar dieses Turnier organisiert. Genau, das ist ein Turnier, Basketballturnier im 3x3-Modus von Studenten, vier Studenten. Wir haben hier insgesamt 32 Teams heute, die gegeneinander antreten und über eine K.O.-Runde bis ins Finale bis heute Abend aktiv sein werden auf dem Feld. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, haben wir unter anderem die Profis von Medi Bayreuth hier, die eine Skill-Challenge machen werden. Wir haben einen 3-Punkt-Contest, wo Studenten gegeneinander antreten im 3-Punkt-Wurf und heute Abend werden unsere Maskottchen des diesjährigen Mottos vom Space Jam Film gegen unsere Dozenten der Universität Bayreuth antreten. Also wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei sein wollt, dann folgt uns jetzt auf Facebook oder auf Instagram, besucht unsere Homepage. Wir freuen uns auf euch!